Bei unserer Tochter ist Paw Patrol gerade voll der Hit. Von daher war das Feuerwehrfahrzeug als Geschenk ein Volltreffer. Lesen Sie weiter. War ein Geschenk und kam sehr gut an. Spielzeug macht einen guten Eindruck und hat eine gute Größe für den Preis. Unser dreijähriger Sohn ist Paw Patrol Fan. Also mussten die Fahrzeuge her. Sie sind sehr robust und sehen gut aus. Dank Amazon Prime schnelle Lieferung. Unser Sohn ist Fan davon. Sehr robustes Spielzeug. Find nur bei der Figur den Kopf etwas zu groß, im Vergleich zur Körpergröße. Fällt dadurch gern um. Die Qualität bzw. Haltbarkeit kann ich noch nicht bewerten, das bleibt abzuwarten. Das Fahrzeug wirkt stabil und auch so, als könnte es einiges aushalten. Unser Kleiner hat sich jedenfalls sehr gefreut. Paw Patrol ist eine Modeerscheinung, die die Kinder unbedingt haben wollen. Ist aber eigentlich zu teuer. Von der Qualität ganz okay aber auch kein Highlight. Kind hat sich gefreut. Es ist relativ stabil. Nicht viel Schnickschnack dran. Das ist mittlerweile eine Seltenheit geworden. Wir finden es toll. Nett anzusehen und für einfache Rollenspiele der Kleinen völlig ausreichend. Ein paar mehr Funktionen oder eine Transformierung von Hundehütte zu Auto wäre toll, da mein Sohn fragte, wo schläft Marschall denn wenn es ein Auto bleibt? Hätte ich schön gefunden und bei guter Verarbeitung dann auch mehr bezahlt. Sehr viel Geld für sehr viel wackeliges Plastik. Meine fast vierjährigen Nichte hat sich den großen Paw Patrol Tower gewünscht und da da nur ein Fahrzeug dabei ist, haben wir ihr die restlichen Spielfiguren mit Auto dazu gekauft. Finde sie sehr teuer da es einfach nur Plastik ist und nicht einmal wirklich robust. Aber die Figuren an sich sehen süß aus und haben eine gute Größe. Wir werden sehen wie lange das Spielzeug hält. Super tolles Fahrzeug plus Figur. Mein Sohn spielt die ganze Zeit damit und es hält sehr viel aus. Gute Verarbeitung und sehr viel Spielspaß. Klick Link in Description für mehr Reviews. Thanks for your watching. Hier ist auf jeden Fall. Hier ist eine neue Zeit. Hier ist die Zeit. Nur mal kurz-Grufen. Wenn wir heute überhaupt machen. In der Zeit ist die Zeit. Herr Schlufen muss die Zeit. Die Zeit ist die Zeit noch nicht während. Untertitelung des ZDF für funk, 2017